Charlie? Karl Schmidt? Ich fass das nicht. Was machst du denn hier in Hamburg? Ich dachte, die hätten dich damals nach Bielefeld gebracht, weil du da herkommst, oder was? Nein, Hamburg, Raimund, weil meine Mutter hier wohnt. Wie lange ist das jetzt her, dass du aus Berlin weg bist? Und was ist das überhaupt für eine Gegend hier? Fünf Jahre, Raimund, und das hier ist Altona. Schon klar, der Bahnhof heißt ja Hamburg-Altona, aber was ist denn das für eine Gegend? Weiß nicht, ich wohne hier. Na dann, Prost Käffien, Charlie. Auch ein Bier. Ich darf nicht mehr, Raimund. Darfst du denn kiffen? Ich darf gar nichts mehr. Aber ich krieg doch immer so Pillen. Was gibt's denn da so? Das ist nicht die Art von Pillen, an denen du Spaß hättest, Raimund. Wahrscheinlich, sonst wird man sowas ja wohl angeboten kriegen. Und bei dir, Raimund? Was läuft denn immer so? Oh mein Charlie, I love it. Alles Tibi-Tobi. Bum-Bum-Records kennst du doch noch. Den Club, das Label. Na jedenfalls kam da plötzlich einen Arsch aus dem Himmel und hat uns mit Geld zugeschissen. Das hätte ich im Leben nie gedacht. Ich meine, wir waren ja idealisten, oder? Ich ja nicht so. Und? Ferdi? Immer dabei, Charlie. Alles mit Ferdi. Der Club, das Label, alles. Der gute alte Ferdi. Der ist doch schon über 50. Tu dir das mal rein. Und du darfst überhaupt nichts mehr nehmen. Gar nichts. Nur Kaffee und Zigaretten. Muss hart sein. Aber irgendwie auch geil.